Des Morgens, um die achte Stunde, da schwirrt's und piept's im Waldesgrund. Es packen die Vogelkinderlein den Ranzen voll und das Frühstück ein. Sie fliegen schnell, man glaubt es kaum, zum Waldschulhaus im Buchenbaum. Der Zeiger weist schon dicht auf Acht, da kommt's geschwirrt, gepiept, gelacht. Sie halten noch ein wenig Rast beim Waldschulbaum am dicken Ast, dann trippeln und trappeln die Kinderlein vom Flugbrett husch ins Haus hinein. Piep, piep, schon geht die Schule los. Wie heißt der Vogel, dick und groß, mit gelben Augen? Schnell, sagst du. Herr Lehrer, das ist der Uhu, der beißt bei Nacht die Vöglein tot. Auch Iltes und Wiesel bringen uns Not. Wenn's Glöcklein läutet, dann fliegen sie aus, zur Pause, zum Hinternschultor hinaus. Sie knabbern die Körnlein und schlecken und lecken, dann spielen sie Haschen und machen Verstecken. Hier balken sich zwei, dass die Federn fliegen. Die werden wohl tüchtige Strafe kriegen. Auf einem Bilde, bunt und schön, da sind viel gute Dinge zu sehen. Die knusprigen Zapfen, die süßen Beeren, auch zarte Blättchen zum Verzehren. So lernt der kleine Vogelmann, was man im Walde essen kann. Doch wichtig ist vor allen Dingen, ein junger Piepmatz, der muss singen. Die Töne abwärts und hinauf, weit, weit den kleinen Schnabel auf, dann klingt es hell aus voller Brust. Die Mäuslein hören's voller Lust. Nun zeigt der Lehrer an der Wand die Wege über das warme Land, weit übers Meer nach Afrika. Er sagt, im Herbst seid ihr da. Weit ist der Weg, schön ist der Ort. Wer nichts gelernt hat, darf nicht fort. Die Glocke klingt so hell und fein, da packen sie die Ränstchen ein. In Dreierreihen tritt man an, schwirr, schwirr, nach Hause geht es dann. Die Bummler und die Unsinn treiben, die müssen noch ein Stündchen bleiben. Piep, piep, da kommen sie gerannt, mit dem Zensurbuch in der Hand. Die Mutter Piepmatz freut sich sehr, der Vater Piepmatz noch viel mehr. Wer tüchtig lernt, wird nicht vergessen und kriegt was Herrliches zu essen.